In der Zukunft wird es nicht mehr darauf ankommen, ob man überall hinfahren kann, sondern ob sich das Ankommen auch rentiert. Dass sich das Ankommen rentiert, daran arbeiten wir jeden Tag im Hotel Hirschen mit der gesamten Familie und allen unseren 50 Mitarbeitern. Herzlich willkommen bei uns in Imst, wir freuen uns sehr, Sie als Gäste bei uns willkommen heißen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben eine großzügige Saunalandschaft mit Bio-Sauna, Dampfbad und finnischer Sauna. Besonders geschätzt wird unser Ruheraum mit den Wasserbetten. Wir wollen Ihnen hier internationale Küche, aber natürlich mit Erzeugnissen aus der heimischen Landwirtschaft bieten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020